hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft mod ja ich war gerade ein bisschen erde schlagen ja weil da draußen so ein bisschen vorbereiten heutzutage also nicht heutzutage heute widmen wir uns dem wir gehen ein bisschen in der erde buddeln so wie das die uralten höhlenforscher nun mal so tun dazu brauchen wir erstmal noch ein paar fackeln würde ich sagen das ist nicht verkehrt verkehrt ist das nicht denn wir haben bisher nur ein bisschen eisen und kupfer damit können wir jetzt noch nicht so viel anfangen wie sieht's mit essen aus ich glaube wir machen uns noch ein bisschen essen oder ist sogar noch einer gekommen da sind wir heute doch nicht so alleine denn bisher war nur paul green da paul box ist jetzt auch da so da kochen wir noch ein bisschen hier raw chicken und noch ein bisschen raw pork chops und dann sind wir happy na und dann wie gesagt geht's heute mal unter tage wir wollen ja mal ein paar neue sachen aus der wand popeln wenn wir nämlich beispielsweise in any einmal ohr eingeben da gibt es eine ganze menge mehr als die standard gold eisen kohle lapis diamant redstone emerald ist doch ein bisschen mehr was da noch so angekommen ist ne ja meine ich nämlich auch so hühnchen haben wir schon mal was nehmen wir denn mit wir wollen ja nicht zu viel mitnehmen da mal ein bisschen so ich würde sagen zwei hühnchen und drei äpfel das mosaichen für unseren ersten ausflug in die unterwelt und wir haben ja hier dann schön zusammen vielleicht laufen noch mal kurz bei unserem apfelbäumchen vorbei da kann man noch ein paar äpfel abstauben 12 das war es dann eigentlich auch schon nun denn ab nach unten das eisen das wollen wir natürlich nicht liegen lassen oder fällt mir gerade eigentlich hätte vielleicht noch mal schnell mir ein neues eisenwerkzeug machen sollen das hatte ich ja eigentlich gesagt dass ich mir noch eine eisenspitzhacke machen wollte das eisen selbst habe ich ja auch schon mal was vorbereitet aber hergestellt habe ich sie dann doch nicht na dann hüpfen wir halt noch mal raus außerdem sollten wir uns vielleicht noch einen linking book nach hause machen und nicht in die bibliothek das wäre vielleicht auch noch eine idee es wird schon wieder nacht super wie könnte es auch anders sein so dass da rein das da und dann machen wir das hier und davon nehmen wir noch eins mit dann holen wir das hier raus das da rein und das und das super super dann brauchen wir ein paar stöckchen für die pickaxe und dann warten wir noch auf ein eisen dann können wir uns nämlich gleich mal zwei spitzhacken herstellen damit lässt sich jetzt glaube ich erst mal unter tage ein bisschen länger aushalten ich muss ja drinnen auch mal ein paar fackeln setzen na gut das buch das lassen wir jetzt mal dazu wenn ich dann wieder hochkommen dann hole ich mir von oben noch ein buch mit aus der bibliothek ansonsten müsste ich jetzt kühe jagen gehen und da besteht keine lust drauf so was haben wir denn hier im boden es leuchtet weiß was wird das wohl sein ist eine relativ große ader also ein durchaus nicht so seltenes erz das mal so sagen darf hier haben wir noch ein bisschen kupfer das haben wir schon gesehen ich glaube allerdings das hier ist das andere scheint momentan noch mehr als eine sorte kupfer aktiviert zu haben in der weltgenerierung normalerweise mache ich das dann so dass es nur eine sorte kupfer erz und eine sorte zinn und so weiter gibt dass man da nicht sich zu sehr verläuft so was haben wir eingesammelt wir haben aluminium eingesammelt ich wusste gar nicht dass aluminium leuchtet naja dann nehmen wir doch gleich noch ein bisschen mehr mit oder ist auch aluminium wunderbar guckt euch das mal an wir kommen hier in den raum und überall leuchtet und glitzert und blinkt irgendetwas hier haben wir noch ein bisschen mehr kupfer und da haben wir gerade ein kristall abgebaut bzw wir haben ihm sein fundament weggenommen dadurch ist er dann uns auf den kopf gefallen ein kristall aus sidecraft so da schon mal was dazu gelesen ok spreche mit mir selbst komme ich mir blöd vor wie ich so oft noch wir können ja mal hier den anderen ins ts holen kann er mal sein senf dazu abgeben was er so meint so ein bisschen kupfer noch aus der wand kratzen muss ich ja noch die eisen die die stein pickaxe fertig machen oder oben haben wir ein etwas klassischeres ach na super muss ja schade kann grad nicht unterhalte mich nämlich dachte ich unterhalt euch so was ist das sieht man mal wieder mit was für leuten hier spielen muss unglaublich ja machst du ja genau also er unterhält sich hört mir aber zu wenigstens eine einseitige konversation so hier mal noch ein kristall die kristalle wie gesagt quartz kristos sind momentan nur dekorativ beinhalten allerdings aspekte später für form craft also deswegen nicht ganz für uns von der hand zu weisen und ich finde es bisschen zu leise ein bisschen zu leise ist es mir dann doch irgendwie höre ich nämlich gar nichts ja da hinten habe ich schon was gesehen auf das ich mich freue allerdings jetzt popeln wir erstmal das hier noch aus der wand wunderbar dass die spitzhacke kaputt ist gut jetzt kann ich nämlich meine eisenspitzhacke nehmen und wir bekommen ember ember kommt ebenfalls von form craft und hat so ein paar aspekte allerdings hat es sonst noch keinerlei verwendung ist auch eben noch ein platzhalter aber das hier das hat eine verwendung und wenn wir sehen wenn wir das kaputt machen dann bekommen wir drei solche shards und das sind das earthen shards weil es im grün ist und die sind ebenfalls von form craft und es gibt eben fünf verschiedene shards erde wasser feuer luft und wie es wie es ist sowas wie magie könnte man sagen und die anderen sind ja ziemlich selbsterklärend dementsprechend haben sie auch unterschiedliche aspekte und können für unterschiedliche sachen eingesetzt werden aber zu dem ganzen magie system von form craft kommen wir dann wenn es soweit ist und ich frage mich wirklich warum mein ton aus ist ok entweder muss ich das hier extrem leise haben oder ich weiß nicht lass das mal so es bisschen ungewohnt ist zu testen wenn man niemanden hört der was sagt dann kann ich auch nicht abschätzen wie laut die aufnahme ist dann müsste ich jetzt erst reinschauen wie laut ich aufgenommen habe und wie laut minecraft ist und bla 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 und hier und da und dort dementsprechend ja lassen wir das jetzt mal so so wo ging es weiter wo hat es weitergeleuchtet ist schon schon gewisser aufwand hier ich meine wissen gerade mal glaube ich gerade erst mal vier fackeln gesetzt oder sowas und fast die halbe tasche voll mit gedöns herr gedöns kennt ihr den und der herr gedöns so was ist denn hier hier ist sand einbruch lass mich ruhig lass mich durch ich bin was ist das denn mitten im meer oder nee das wollen wir nicht lasst mich arzt ich bin durch so machen wir halt hier so zu so so ich mag kein wasser in meinen höhlen blub 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 fertig denn hier kratzen wir ein bisschen rotes grünes zycorium aus der wand ebenfalls noch keine großen nutzen kommt von zycraft xy graph für die äh anglophoben unter euch die angst vor englisch haben ähm ja na das war ja eine sehr ergiebige höhle oh man ich bin ja begeistert das war ja mal voll für den popo ich hab gedacht ich hätte hier zugriff auf so ein schönes höhlensystem naja okay dann machen wir mal das was wir eh machen wollten wir gehen mal hier her und holen uns mal ein büchlein so und damit reisen wir nach hause machen uns da ein linking book dann können wir naja dann müssen wir nochmal zurück in die bibliothek denn dann müssen wir das hier nochmal da reinpacken interlinking following zu hause so dann können wir das jetzt nämlich austauschen und dann kommen wir nämlich auch dahin wo es wirklich interessant ist und nicht irgendwo sonst wohin so packen wir mal aus was wir eingesammelt haben und vielleicht können wir dann sogar schon mal mit farmcraft anfangen zu arbeiten denn ihr werdet es kaum glauben es reicht tatsächlich einen von diesen kristallen zu finden ähm um die ersten schritte zu machen ähm ich wollte was wollte ich ich wollte das eisen was ich hier gefunden habe schmelzen äh kohle für zwei blöcke eine kohle verbraten das klingt nach einem plan oder dann brauchen wir vielleicht nochmal ein bisschen glas hier sieht es momentan noch so weiß auch nicht so leer aus äh was machen wir noch irgendwas wollte ich doch gerade noch machen Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Siehst du? Einfach nur lang genug aufs Inventar starren. Irgendwann rafft ja wieder, was los war. Und zwar wollte ich mir einen Buchständer machen. Für meinen Linking-Book. Zurück in die Bibliothek, falls mich jemand besuchen kommt, damit er dann hier auch wieder wegkommt. So. Zack. Wunderbar. Schön. Weil ich da ja eigentlich mein Bett hinstellen wollte. Naja. Okay. So weit, so gut. Dann schauen wir doch mal, was wir für einen normalen Wand of the Apprentice brauchen. Wir sehen, ist das irgendein Schad, ein Stock und ein Gold Nugget. Oh, Gold Nugget. Gold Nuggets habe ich noch keine. Ich habe eine Idee, wo ich welche herbekomme. Eine etwas gefährlichere Art. Nuggets zu sammeln. Aber, wie sagt man so schön? No risk, no fun. Was ist denn das hier eigentlich für ein beknackter Nether-Spawn? Mitten irgendwo über einem Lavasee. Wie soll ich denn hier irgendwo hin? Ohne Jetpack und ohne irgendwas. Sag mal. Ich komme ja nirgendwo raus. Da ist eine Brücke. Aus Nether-Rack. Aber ich habe nicht mal eine Ahnung, wo die anfängt. Die fängt hier irgendwo eben nirgendwo an. So, hier. Wer hat denn die gebaut? Äh. Naja, ich muss ja nur einmal hinkommen. Das ist ja egal. Toll, die hört auch noch mitnehmen nirgendwo auf. Ist ja grandios. Und irgendwie sehe ich auch keine Zombie-Pigment. Doch, da unten ist einer. Ui, ui, ui. Tiefachtsturz. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn nicht zu viele von denen da sind. Das greifen nämlich wieder alle an. Mit einem Steinschwert wird das eh eine lustige Nummer. Oh, ich habe den Kopf abgeschlagen. Kommt irgendeiner? Ne, passt. Ah! Hui. Knappe Geschichte. Hm. Okay, der hatte keinen Golden Nugget. Dum, 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 dum. Komm her! Du hast keine Chance gegen mich. Oh doch, du hast eine Chance gegen mich. Au, au, au. Oh, Mann, klatschen die rein. Aua. Aua. Ja, Arvin. Du brauchst noch nicht, du brauchst nicht mehr kommen. Ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Haus laufen. Beziehungsweise da drüben in den Spawn reinhüpfen. Ich sollte meinen unbedingt mal noch drei Schafe töten. Beziehungsweise zwei Schafe töten, um ein eigenes Bett machen zu können. Ja, Geronimo! Ich mag meinen Zugang zur Bibliothek. Ich finde das cool. Ich denke, jedes Mal hier steht ein Skelett. Wenn ich da um die Ecke laufe, das sieht immer aus wie ein Skelett, diese blöde Lampe. Oh, du bist aus der Welt gefallen. Das ist wenig schlau. Ja, ich bin aus dem End und da war kein Buch. Was im End? Ja, ich habe mich verkriegt. Warum ist da kein Buch mehr? Da war man ein Buch. Ich habe extra eins in die Wand gestellt. Auch extra nicht in den Bereich, wo das... Also nicht zur Plattform, sondern extra ein bisschen... Dann habe ich es entweder übersehen oder... Muss ich mal gucken gehen. Muss ich mal gucken gehen. Dann würde ich wieder den Fall hier runter überleben. Oder legt mein Apfel putzen. Bleib weg von meinem Zeug! Meine! Erwahrungsbunkte. Mein Zeug. Das meins meins. Uh, uh, uh. Da oben muss ein Geiss und schnell weg. Nein, schnell weg. Ah, Chase so wie Pigment. Bin schon wieder tot. Hehehe. Der. So viel nur für ein blödes Golden Nugget. Komm her. Dieses Mal ein Stück. Oh, ha. Hey. Was ist denn hier los? Oh, 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 oh nein, ich will nicht verbrennen. Oh. Ich glaube, wir haben es beide gerade nicht so mit dem Überleben. So, vielleicht laufe ich dieses Mal nicht einmal komplett ins Haus, sondern einfach einmal durch. Das geht, glaube ich, schneller. Und ja, ich weiß, ich habe hier weiße Blöcke. Das ist mir nicht aufgefallen. Irgendwie die Texturblöcke von Millanair, die spinnen ab und zu mal rum. Da muss man dann einfach den Kleinen schließen und sich wieder neu einloggen. Dann passt das auch wieder. Aber irgendwie habe ich damit keinen so großen Erfolg. Das passiert bei mir öfter mal. Jetzt achtet mal drauf, wenn wir jetzt hier hochlaufen und einfach nur so um die Ecke laufen und dann... Ne, das war jetzt die falsche Richtung. Doch, da so. Ne, ist ja auch egal. Nether. So, ich hole jetzt meine Sachen und verkrümmel mich wieder. Ich glaube, ohne Rüstung hat das keinen Sinn. Dann gibt es halt kein Thorncraft. Was soll's. Ja, nur mein Formel-Nomicon liegt noch da rum und so. Was liegt da rum? Mein Formel-Nomicon und mein schöner Sauerstoff da. Oh, musstest du dir halt wiederholen. Niemand gibt es unbeheuer, hinterher zu rennen. Zum Grettenweichwort. Nein, ich sehe mein Buch wenigstens noch. Wenn ich meine... Eine meiner Spitzhacken das noch überlegt habe, wäre es auch toll. Es brennt halt hier wieder alles. Das ist ganz toll für Items. Da sind zwei Spitzhacken. Oh, fast ein Lava fallen. So. Oh, toll, ich brenne. Ja, zum Glück sammle ich immer meine Sachen ein. So, ich brenne jetzt zu Hause aus. Beziehungsweise hinter meinem Haus ist doch gleich ein See. Oh, ich bin schon erloschen. Gut, gut, gut. Dann müssen wir das irgendwie anders angehen mit dem... Das war jetzt nicht so die erfolgreiche Tour hier. Da müssen wir das irgendwie ein bisschen anders machen. Ich meine, natürlich könnte ich jetzt mich mit so einem Zombie-Pigment da länger klopfen, aber tendenziell sollten wir doch irgendwo eher in die Erde gehen, ne? Powerboxer, hit the ground too hard. Was machst du denn, Junge? Okay. Gut. Gut, mein Formel-Nurkorn ist Schrott und das ist das Einzige, wofür ich hier bin. Aber sei froh, das wird am Charakter gebunden, nicht an dein Buch, also. So gesehen. Sind schon lange bei irgendwem anders. Dann würde ich sagen, anstatt jetzt hier groß rumzumachen, beklauen wir ein paar andere Spiele. Und zwar auf die etwas speziellere Art und Weise. Und zwar, wir sehen, die haben hier ihre Quarys am Laufen, nur sind die immer ein bisschen faul, was das Erze aus der Wand kratzen betrifft. In dem hier geht's einigermaßen. Da sind, glaube ich, schon ein Großteil der Sachen rausgepopelt. Ich guck gerade, ob ich Gold sehe. Oh, 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 oh. Oh. Das war ein bisschen tief. Die Frage, wie ich da runterkomme. Warum macht man eine Leiter hin und macht es dann doch nicht? Was ist das für ein Schwachsinn? Wer hat sich denn da runtergegraben? Wie soll ich denn jetzt da runterkommen, ohne zu sterben? Ich müsste ein paar Ideen, aber ich glaube, nee. Ich klau mir mal hier ein bisschen Cracked Sand. Der Quarry hier ist nicht sonderlich schnell, muss man mal so sagen. Naja, wird auch nicht sonderlich effizient betrieben. Okay, dann müssen wir uns jetzt da langsam runterarbeiten. Äh, das war falsch. Und möglichst nicht zu langsam, sonst nehme ich meine Items weg. So, machen wir das jetzt so. Dann komme ich zwar nicht wieder hoch, aber ich komme wenigstens runter. So. So, so. Immer schön zwei Schritte mit einem Klick. Das ist doch effizient, oder? Ich meine, hey, das ist eine durchaus effiziente Treppe. So, und bin ich dann vielleicht auch gleich in der Nähe von irgendwas. Wer weiß. Wer weiß. Jetzt darf mir bloß nicht der Cracked Sand ausgehen. So. Kohle. Oh. Äh. Joa. Jetzt ist mir der Cracked Sand ausgegangen. Hm, vielleicht ist in der Truhe noch was drin, was niemand braucht. Ne, ne Turtle. Naja, die braucht wahrscheinlich jemand. Wäre ich doch nicht hier. Ja, ist meine. Ah, was? Nein. Nein. Oh. Ein Buch. Ich habe mein Buch aufgehoben. Beim Runterfallen. Ich hatte es im Inventar. So, wie komme ich da jetzt runter? Das ist wieder so eine tolle Frage, ne? Ich könnte kurz nach Hause gehen, mir ein bisschen Cobblestone holen und dann wieder runterhüpfen. Oh. Man sollte hier nicht zu schnell runterlaufen. Durch die zwei Stufen. Jo, bis dann. Tschö mit Ö. Tschö. Tschö. Hm. Ist wahrscheinlich immer noch zu hoch, um runterzuspringen. Denkt ihr, das reicht schon? Ich riskiere es jetzt. Ha. Hat funktioniert. So, jetzt kann ich mein Zeug hier einsammeln. Ah, da liegt noch Zeug von jemand anderem. Ich frage mich, wem sein Buch das ist. Ob das mein oder sein Buch ist. Ist bestimmt mein Buch. Hm. Wo ist dann mein Buch hin? Wenn ich das mal so fragen darf. Ich meine, dadurch, dass ich es eingesammelt habe, müsste es doch eigentlich in meiner Tasche liegen geblieben sein. Na egal. Also, hier haben wir ein bisschen Blue Sycorium. Wollte ich mal so anmerken. Äh, hier drüben haben wir noch jede Menge Kohle. Na ja, bauen wir uns halt einen kleinen Weg nach oben nachher wieder. Das ist ja auch nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Wir haben noch eine Spitzhacke. Also, irgendwie kommen wir hier schon wieder raus. Denke ich mal. Oh, was haben wir denn da? Das sieht interessant aus. Rubine sind das, was wir da gerade bekommen haben. Und ein bisschen Redstone. Schee. Schiggi, schiggi. Eigentlich hätte ich ja gerne ein bisschen Gold, aber... Hm. Man kann ja nicht alles haben. Und der Powerboxer ist offensichtlich auf genau die gleiche Idee gekommen. Der popelt sich nämlich auch durch. Oh, da oben ist Gold. Ich sehe Gold. Gold. Ich will Gold. Toll, jetzt muss ich mir dann Weg rüber bauen, oder wie? Ah. Gold, komm her. Komm her zu mir, Gold. Goldilein. Ja. Denn wir wollen mit Baumcraft... Oh, das ist ja eine richtige Goldader hier, auf die ich gestoßen bin. Das ist ja herrlich. Denn wir wollen uns zumindest schon mal ein bisschen was von Thorncraft leisten können. Damit wir da auch möglichst früh mit beginnen. Sonst mache ich das wieder ganz am Schluss. Und nun ärgere ich mich wieder, dass ich die ganzen coolen Sachen am Anfang nicht gemacht habe. So. Ah, hier ist kein Gold mehr. Was haben wir denn noch so in den Wänden? Cool, cool. Hey, cool. Hey, cool. Hey, cool. Hey, cool. Was haben wir denn da noch? Da oben ist noch ein bisschen Eisen, Zinn, Aluminium. Irgendjemand hat da einen Workbench stehen lassen. Da haben wir noch ein paar Crystal, ein paar Shards. Die würde ich tendenziell auch gerne holen. Hm. So. Schauen wir mal. Das ist ein bisschen Uran. Ist auch nicht verkehrt. Das können wir auch noch gebrauchen später mal. Mittlerweile auch für Solarzellen notwendig. Denn wir haben das Rezept für die Advanced Solar Panels ein bisschen geändert. und können uns deswegen über ein bisschen mehr, über teurere Sachen freuen. Beziehungsweise, freuen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin einfach der Meinung, es macht das Ganze wesentlich fairer, wenn man für die, für die wirklich guten Sachen auch mal ein bisschen mehr zahlen muss, in Anführungszeichen. So. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Und da drüben, ich glaube, das ist Bauxite, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. Was haben wir da? Ne, Cinnabar. Ähm. Zinnober. Genau. Ich habe es extra mal nachgeguckt, weil das so ein komischer Name ist und ich mir damit überhaupt nichts anfangen konnte. Cinnabar. Cinnabar Ore. Wie gesagt, hier haben wir ein bisschen rotes Xycorium. Hier oben noch ein bisschen schwarzes. Das ist, wie gesagt, zur Zeit eher sinnloses Zeug. Aber, naja, wenn es schon da ist, nehmen wir es halt mal mit, ne? So. Noch ein bisschen Kohle. Kohle ist immer gut. Kohle werden wir jede Menge gebrauchen für Generatoren, für unsere Öfen und so weiter. Dementsprechend lassen wir ganz sicher keine Kohle hier unten liegen. Und da haben wir nämlich auch noch schön gleich noch einen Thumbcraft-Kristall gefunden. Zwei wieder Earthen Shards, wie wir es schon mal hatten. Hier oben sind auch noch mal welche. Schön, schön, schön. Und wie es momentan aussieht, haben wir ja auch keine Lavaseen in dieser Welt. Also bisher ist, glaube ich, zumindest noch keiner drauf getroffen. Ich habe das zwar eh ausgestellt, aber in der letzten Mistcraft-Welt hatte ich das auch ausgestellt und hatte trotzdem welche. Also, naja, da würde ich wohl nicht allzu viel drauf geben. Und, naja, ihr kennt das Prozedere, ja. Ohne Ressourcen ist Minecraft ziemlich sinnfrei. Oh, guck mal, ich bin ganz alleine. Ich bin alle alleine gelassen. Oh, hier noch ein bisschen rotes. Sycorium. Oh, was haben wir da unten? Ich gucke auch nach Silber. Silber ist auch eine Ressource, die mehrere Mods einführen. Aber ich glaube, das ist wieder Aluminium, oder? Ne, es ist Zinn. Bisschen tiefer Zinn fast schon. Was haben wir denn dann noch so alles? Noch irgendwas, wo mich jetzt sagen würde, das hätte ich gerne. Ja, da sind noch ein paar Kistalle. Hm. Naja, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir hier rauskommen. Wie viele Bausteine haben wir denn? 64, ja. Na, dann nehmen wir doch den... Ah, wir nehmen die Treppe mal so weit, wie sie uns gebaut wurde. Und dann den Rest. Können wir ja hochhüpfen, ne? So, was ist hier? Da nix. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht ganz hoch. Ah, da hat er sich vielleicht hochgearbeitet. Aber wir können ja hier in der Ecke hochlaufen, oder? Genau, wir machen das jetzt einfach so. Die ganz klassische... Der klassische Minecraft-Aufzug. Oh, vielleicht sollten wir auf dem Weg dahin noch ein bisschen was abbauen. Wenn wir schon vorbeikommen. Hier haben wir zum Beispiel ein bisschen Forsitium. Was mittlerweile nicht mehr automatisch in, ja, in Forsitium zerfällt. Sondern das bleibt als Erz vorhanden. Was jetzt auch nicht so falsch ist. Noch ein bisschen Zinnober. Ich glaube, das ist noch mehr Aluminium. Ah, Kohle ist sehr schön. Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Hey. Ich weiß nicht, ist das Mogeln, wenn man sich an dem Quarryloch eines anderen bedient? Das ist doch genauso, wie wenn du einfach durch die Welt laufen würdest. Ich habe übrigens gerade eines der Features von Inventory Tweaks gesehen. Eine meiner Spitzhacken ist kaputt gegangen und wurde automatisch sofort mit der anderen ausgetauscht. Da ich noch eine des gleichen Types im Inventar hatte. Sehr praktische Funktionen, die ich so nicht mehr missen wollen würde. Muss ich mal zugeben. Gerade wenn man so händisch noch unterwegs ist und die Tools noch kaputt gehen, die man nutzt. Es ist doch gar nicht so schlecht, sich da mal ab und an eine extra Spitzhack im Inventar zu haben. Es gibt ein paar Maschinen, mit denen man die klassischen Geräte auch reparieren kann. Wie beispielsweise die Waschmaschine und die Spülmaschine von Jamies Furniture Mod. Die Spülmaschine ist für Werkzeuge und die Waschmaschine für Rüstung. Da könnt ihr bis zu vier Rüstungsteile bzw. Werkzeuge reinlegen und ein bisschen Kohle dazu. Dann dauert es eine halbe Ewigkeit, ist extrem laut und wenn das dann fertig ist, dann bekommt ihr eure reparierten Gegenstände zurück. Das ist ganz praktisch, aber fast ein bisschen cheaterisch finde ich. Vor allem, da ist mittlerweile ja den... Oh, hier haben wir noch was Schönes Neues. Nämlich Lead, also Blei. Braucht man auch für einige Sachen. Ist hauptsächlich in Factorization, glaube ich, verwendet. Und in Thunder Expansion auch, wenn ich mich täusche. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja genau, da es mittlerweile den Ambus gibt von Vanilla Minecraft, also Stamm Minecraft, finde ich es nicht ganz so richtig, dass man ein Item hat, was einen kostet. Also nur gegen ein bisschen Kohle die Items wieder repariert. Das ist dann doch irgendwie nicht so ganz... Also, naja, man kann sehen, wie man will, wenn man sich überlegt, dass man ja die elektrischen Tools hat, die auch aufgeladen werden und diese Energie kostet ja auch wiederum nur Kohle, wenn man einen Generator betreibt. Also ist es theoretisch ähnlich, aber... Na, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kann man sehen, wie man will. Das ist übrigens auch eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Und der Diamond Drill, den ich bisher immer benutzt habe für meine Sachen, der ist jetzt wesentlich teurer geworden und steht deswegen ganz am Anfang nicht mehr wirklich zur Debatte. Allerdings führt Industrial Craft... Äh, Quatsch. Crackstacks. Dass das ja teurer macht, auch eine Alternative dazu ein. Und das ist der Jackhammer, also ein Presslufthammer. Der ist allerdings nur gegen Steine und, ich glaube, Erze wirklich gut. Also der Drill ist ja eine Pickaxe und eine Schaufel kombiniert, wobei der Jackhammer dann einfach nur die Pickaxe ist. Und, ähm... Ja, ich finde das okay. Also, warum nicht? Weil der Diamond Drill war schon somit die erste Sache, die ich mir eigentlich standardmäßig gemacht habe. Ganz einfach, weil man danach sich dann keine Gedanken mehr um die Werkzeuge machen musste, die man so mit sich rumträgt. Wenn man jetzt allerdings nur als Alternative den Jackhammer hat und der, äh, dann eben nicht so das Super-Tool ist wie jetzt der Diamond, wie jetzt der Drill, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, wie man das Ganze angeht. Ne? So, jetzt nicht runterfallen, das ist nämlich tief. Und irgendjemand hat da ein Stück Leiter hinten. Ich glaube, da ist jemand, hat jemand versucht runterzuklettern mit einer Leiter. Das kriegt nicht gescheitert und man hat sich dann für eine andere Methode entschieden. So, wir probieren das aber trotzdem mal. So. Hey, super! Und auch gerade noch halbwegs rechtzeitig, bevor wir verhungern. Uh, da ist ein Schaf. Kann ich eigentlich aus verschiedenfarbiger Wolle mir ein Bett zusammenbauen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die muss schon gleichfarbig sein. Wenn ich mich nicht täusche. So. Egal. Schwarzes Schaf. Her mit deiner Wolle. Kann man denn irgendwo noch eins rumtun, wenn wir schon hier sind? Was wir noch ein bisschen mitnehmen könnten, ist noch ein bisschen Glowstone. Wenn wir schon da sind. Braucht man bestimmt auch für alles Mögliche. Ich kenne die Rezepte ja. Ich weiß, dass da das eine oder andere Mal auch Glowstone von uns verlangt wird. Redstone ist eine Sache, die sehr viel verlangt wird. Die wir jetzt noch nicht so glücklich waren zu bekommen. Ich denke, da hat aber auch jemand selbst schon mal ein bisschen umgekratzt. Und ein paar Sachen aus der Wand gepopelt. Da haben wir ein Schwein. Das können wir auch noch schnell mitnehmen. Geronimo, ich sehe ein Schaf. Ich sehe ein Schaf. Und zwei Schweine. Die zwei Schweine nehme ich noch mit. Und ich brauche was zu essen. Und ich habe noch keine wirkliche Irgendwas-Zucht-Farm für irgendwas. Sie lassen einfach keine Schweine-Koteletts fallen. Sind die dreist. So, ein weißes Schaf. Fehlt mir nur noch ein weißes Schaf. Hey, warum fällt es mir nicht gleich um? Da ist noch ein Schwein. Bleib stehen! Bleib stehen! Guck mal, da haben wir doch tatsächlich das Schweine-Koteletts liegen lassen. Oh, guck mal, da kommt noch ein neugieriges Schwein aus dem Wald. So, nün denn. Wo sind wir denn hier? Ah, sind wir wieder auf der anderen Seite des Quarys, hm? Na gut, dann, äh... Schwein. Ich habe dich gerade gesehen. Du brauchst nicht versuchen wegzulaufen. Du hast keine Chance. Irgendwo hier bist du. Oh, und noch ein weißes Schaf. Wunderbar. Dann haben wir jetzt alles für ein Bett zusammen. Das ist auch gar noch ein schwarzes Schaf. Komm her. Juhu! Ich habe drei Wolle! Oh, wir haben noch was Schönes. Den werden wir auch noch brauchen. Den fällen wir dann demnächst mal hier. Das ist ein Great Wood Lock Tree von Farmcraft. Der uns ermöglicht... Huhn? Ne, was Glück gehabt. Äh, der uns ermöglicht. Was ermöglicht er uns denn? Ja. Und das Holz brauchen wir für so manche Sachen in Thorncraft. So, wo kommen wir hier hin? Home. Oh ja, gut. Aber von hier aus kommen wir dann noch zur Bibliothek. Und von der Bibliothek kommen wir zu uns. So, einfach funktioniert das. Oh, wir haben kein Dach über dem Kopf. Hm, menu. Okay, dann lagern wir jetzt erstmal alles aus und holen uns mal ein bisschen Holz. Denn, wie wir offensichtlich sehen, brauchen wir noch eine zweite Truhe. Also, machen wir das doch schnell. Eine zweite Truhe für uns. Beziehungsweise eine Doppeltruhe. So, dann schmeißen wir erstmal alles rein, was wir so eingetütet haben. Die können wir gleich mal da lassen. Und das auch. Und dann erst packen wir es mal weg. Ich muss da mal bei Zeiten hier ein bisschen sortieren. Aber jetzt gerade nicht. Dann jetzt will ich erstmal ein Bettchen. Denn es dürfte bald wieder Nacht werden. So. Oh, stören wir es hier in die Ecke. Oh, you can only sleep at night. It's night time sleeper. So, dann würde ich doch mal sagen, die Erze und die ganzen Rohsachen, die wir so sammeln, schmeißen wir nach oben. Und Sachen, mit denen wir ein bisschen was anfangen können, packen wir nach unten. Das klingt doch nach einem Deal, oder? Wo ist es mit ihr? So. Das, 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 das. Und das nicht. Aber das und das. Eisen kann nach unten. Dann holen wir uns doch mal ein bisschen. Wo ist denn meine Charcoal? Die kann ich dann nämlich gleich erstmal loswerden. Charcoal, genau. Und dann müssen wir mal ein bisschen Erze brennen. Gold, Eisen. Kupfer, Zim, Zim, Zim. Warum stackt ihr nicht? Da seht ihr jetzt zum Beispiel wieder das Problem. Das sind einfach zwei verschiedene Sorten Zim. Und wir haben, glaube ich, nochmal eine dritte Sorte Zim. Die sich auch nicht sonderlich Lust hat, stacken zu wollen. Aber wir haben sieben Earthen Shards. Na, da bin ich doch mal ziemlich zufrieden. Also, das da mal da rein. Und dann machen wir erstmal Gold, dass wir mal anfangen können. Denn wir brauchen einen Stock, haben wir gesagt. Und ein Earthen Shard. You can only sleep at night. Und dann können wir nämlich mal, wie war das, ein Thormonomakron wollen wir. Und ein Thormonomakron ist, wenn ich mich nicht täusche, ein Buch. Oh, ja. Und wir müssen uns noch ein neues Heimkommensbuch machen. Haben wir auch noch keins mehr. Ach, wir haben aber auch ein Glück. Na? Ja, also. Heimkommensbuch, kümmern wir uns gleich drum. Ein Buch und ein Shard. War das nicht so? Hm. Oder ein Buch und von jeder Farbe ein Shard. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Sowas doof ist aber, ah. Das Thormonomakron ist nämlich sozusagen erstmal die, die Grundlage, um überhaupt mal anfangen können, irgendwas zu machen. Und ohne, das wird es schwer. Da wird es ein bisschen schwer. Ja. So. Schauen wir mal. Hm. Spoiler, 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 Video, bla. Gibt es denn schon ein Wikipedia zum neuen Thorncroft? Nicht wirklich. Ah, ich weiß wieder, wie es geht. Ach, ich bin ja auch doof. So. Also, ich war doch schon auf dem richtigen Weg. Also, ich brauche erstmal einen Golden Nugget. Also, Golden Nugget, Stock, Shard. Gibt uns unseren Wand of the Apprentice. Und wenn wir jetzt schauen, der lädt sich jetzt hier schön brav auf, denn da ist dieser Baum. Und wie gesagt, da bekommen die ihre Energie her. So. Als nächstes müssen wir nochmal zurück in die Bücherei, denn ein Buch war zu wenig. Wir brauchen nochmal zwei. Außerdem wollen wir natürlich unseren Linkbook wieder modifizieren und es im Zuhause nennen. So. Wart mal. So, 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 so. Das weg. Und dann reisen wir nach Hause. Klauen uns das letzte Buch, was wir noch hatten. Warum liegt denn ihr da oben drin? Das ergibt ja mir überhaupt gar keinen Sinn, dass ihr da oben seid, hm? Und das auch nicht. So. Das kann alles brav da unten, nein, ne? Beziehungsweise das noch nicht. Das muss ich erst noch umwandeln. Aber mit drei Büchern und sechs Holz können wir uns ein Bookshelf machen und das platzieren wir jetzt einfach irgendwo in die Welt und wenn wir jetzt mit unserem Zauberstab ein Rechtsklick machen, ta-da! Erhalten wir unser Thornonomicron. Yeah! Und das können wir jetzt öffnen und das Thornonomicron ist das Lexikon von Thorncraft und wir können jetzt uns ein paar Sachen anschauen, wie zum Beispiel das mit den Aspekten funktioniert oder wir können was über die Aura lesen, über Flux und über Infused Ores genauso wie über den Research Table und Scribing Tools sind ein Glasbottel, eine Feder und Inksex und Arcane Workbench, Glasfiles. Das hier sind so die Grundsachen. Der Wand of the Apprentice, den haben wir ja gerade eben schon gemacht. Und dann sehen wir hier unten diesen, naja, Tech Tree würde ich es mal nennen und wir sehen auch noch nicht alles, das es gibt. Das kommt erst, wenn wir die richtigen Sachen erforscht haben und ihr seht, momentan ist viel schwarz, aber es blinken drei Sachen. Und wenn wir draufklicken, sehen wir, dass sich nichts tut und dass auch das Ganze ein bisschen kryptisch ist noch. Aber keine Angst, das wird sich ändern. Als erstes brauchen wir ein Arcane Worktable. Dazu brauchen wir ein Table und einen Table stellen wir her, indem wir normales Holz und Slabs benutzen. Ich würde doch mal sagen, machen wir das doch einfach mal, ne? So schwer ist das ja nicht. Also wir brauchen ein paar Slabs. Das sollte reichen. Und dann einfach unten Holz hin und dann kriegen wir unseren ersten Table. So. Jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Holz. Das können wir mal alles umwandeln. Denn wir brauchen noch mal zwei Table, wenn wir schon dabei sind. Und diese Table können wir jetzt einfach in die Welt setzen. Also zumindest diesen einen. Jetzt ist mein Bett natürlich genau im Weg. Dann stellen wir das Bett halt woanders hin. Ich konnte eh noch nicht schlafen. So. Irgendwo da an die Wand. Und unsere Arcane Workbench stellen wir einfach hier hin. Ihr seht, die Table ist jetzt einfach nur dekorativ, hat keinen Zweck. Machen wir allerdings einen Rechtsklick mit einem Zauberstab drauf. Dann sehen wir, kriegen wir einen Arcane Workbench. Und wir brauchen da diesen Zauberstab unten, um Sachen herstellen zu können. Ihr seht, wenn ich den wegnehme, dann ist er weg. Das heißt, am besten machen wir uns gleich noch einen. Dann können wir den nämlich da drauf liegen lassen. So. Haben wir noch alles? Wo sind meine Gold Nuggets? Da ist mein Gold Nugget. Stab. Und wie gesagt, den Chart, den ihr benutzt, ist vollkommen egal. So, der lädt sich jetzt hier wieder auf. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Research Table. Und der funktioniert, indem wir, wenn wir jetzt mal in unser Thomanomicon schauen, Scribing Tools, äh, Quatsch. Wir brauchen einen, warum ist es hier, Research Table. Und dazu brauchen wir zwei Table und das Scribing Tool. Und wir können hier auf das Scribing Tool klicken oder den Research Table, zumindest dachte ich mal, dass das ging, und können das erfahren. Aber naja, gut, das Scribing Tool ist halt, wie gesagt, eine Feder, ein Inksec und eine Glass Bottle. Und bei der Glass Bottle handelt es sich um das ganz normale Minecraft Rezept 3 Glas. Also, was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, wir holen uns ein, äh, ein Eisen und zwei Stöckchen und machen uns eine Schaufel und gehen mal ein bisschen am Wasser buddeln. Außerdem brauchen wir noch einen Inksec. Ich glaube, ich habe noch keinen Inksec, wenn ich mich täusche. Ich denke, dass ich schon eine Feder habe, aber einen Inksec, ne, habe ich noch nicht. Also müssen wir noch mal ein bisschen nach Squids Ausschau halten, wobei wir da ja hier in der Gegend auch Glück haben könnten. Vielleicht. Hm. Ich überlege mir gerade, eigentlich ist es Schwachsinn hier, die Erde aus dem Boden zu popeln. Das sieht nur wieder blöd aus. Das mache ich lieber in der Bergbauwelt, da hat sie einmal in den Aufwüsten. Da bin ich da ein bisschen schneller. Allerdings muss ich, wie gesagt, noch mal nach Squids schauen. Ich dachte, dass hier vielleicht ein paar werden. Nun hatte ich wohl Pech. Oder nicht recht. Aber die Sonne geht unter und damit können wir uns endlich ins Bettchen legen und mal eine Runde pennen. Was ich ja auch mal nicht so schlecht finde, denn damit haben wir jetzt unseren Spawn endlich mal hier angesetzt. So, jetzt gehen wir mal in die Bergbauwelt. Nein, ich wollte nicht in die Leere, ich wollte in die Bergbauwelt. Bergbauwelt. Sollte ich mir vielleicht auch mal ein Büchlein machen und dann gehen wir vielleicht mal zwei Meter weiter weg und buddeln hier nicht direkt den Sand raus. Machen wir das lieber hier so. So, ein bisschen Sand aus der Erde klauen. Kann ja nicht schaden, ne? Dann haben wir nämlich auch genug, um mal ein bisschen Glas für unsere Fensterscheiben zu machen. Ich denke, das wird ja auch Zeit, dass wir da mal ein bisschen dekorativer werden. Diese pure Holzwand sieht jetzt ja auch nicht so schön aus und dann müssen wir jetzt auch mal ein Dach machen. Das heißt, jetzt müssen wir noch eine Holzachst machen, also mal noch eine Eisenachst machen und ein bisschen Holz fällen. Und dann sieht das schon ganz gut aus. So, das sollte erstmal reichen. Ab nach Hause. Dann schmeißen wir mal ein bisschen Sand hier in den Ofen. Kann ein bisschen ruhig ein bisschen mehr sein von mir aus. Jetzt können wir mal alles hier wegpacken. Ja, Inksec. Ich denke, das will ich euch jetzt noch zeigen. Ich weiß, dass die Folge schon wieder ziemlich lange ist. Aber so ein Squid würde ich jetzt schon ganz gerne noch finden, um euch ein bisschen die Forschung zu demonstrieren. Wir laufen einfach mal den Fluss hier entlang. Vielleicht haben wir ja Glück. Und kommen irgendwo hin, wo sich vielleicht so ein Squid verirrt hat. Die hängen ja gerne mal mitten irgendwo in so Blöcken fest. Da ist doch schon einer. Da oben habt ihr bei uns gerade hier eine Fee gesehen. Eine Wisp. Da haben wir einen. Komm her. Sei nett und lass einen Inksec fallen. Wunderbar. Sogar zwei. Du bist ja richtig großzügig. Ich bin begeistert. So, haben wir genug Glas? Wir haben genug Glas. So. Eine Glasbottel, einen Inksec und eine Feder. Irgendeine Gläsbottel. Oder so. Ja. Gibt uns Scribingstools und wenn wir diese Scribingstools jetzt hier drauf platzieren, dann sehen wir, dass sich das Ganze jetzt in einen Tisch verwandelt hat und wir hier jetzt anfangen können zu forschen. Wie forscht man? Naja, wir gucken in unser Thormonomikron und naja, übrigens einen Crucible brauchen wir auch noch. Ähm Dazu bräuchten wir dann einen Cauldron. Einen Standard Cauldron. Aber Ähm Was haben wir hier? Nur a little about bla 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 Wir brauchen auf jeden Fall Papier. So viel kann ich euch mal sagen. Damit wir damit arbeiten können. Und so toll so glücklich wie ich da in der Hinsicht immer bin habe ich überhaupt gar keine Reeds. Reeds, Weeds, wie auch immer. Entsprechend geht noch mal gucken, ob jemand anders hier was hat. Hm. Wir könnten ja ein bisschen vielleicht haben die ja draußen irgendwo was angepflanzt. Was haben sie denn da? Ey! Au! Au! Ja, das machen Wisps, wenn sie böse sind. Was kann man denn damit machen? Das ist Schilf, ha? Cacktail. Kann man da draußen was irgendwas machen? Nö. Okay, irgendwie habt ihr auch kein Zuckerrohr. Wie macht ihr denn Papier? Bin ich jetzt dämlich? Man braucht doch Zuckerrohr zum Papier herstellen. Haben alle kein Papier zu Hause. Müssen wir mal eine Papierfarm anlegen, um Papier herzustellen? Gut, dann schauen wir mal bei dem anderen vorbei, der schon relativ viel geforscht hat. Der wird ja wohl hier irgendwo ein bisschen Papier. Ja, na also, genau da. Und ich will mir nämlich nur den oberen Teil abklauben. Solange der jetzt nicht online ist, ist das ja egal. Das wächst ja wieder nach. So. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Zuckerrohr und können die Tür wieder zumachen. Jetzt beschwert er sich wieder, dass ein Creeper sein Haus in die Luft gesprengt hat. Naja, nee, ist klar. Und dann pflanzen wir doch mal schnell selbst unser Zuckerrohr. Oh, ja, zumindest gleich. So, da sind wir wieder. Ihr könnt sehen, ich habe mir gerade noch mal wieder zwölf Zuckerrohr gegeben, da der Server sich entschieden hat, sich das nicht zu merken. Warum auch immer. So, dann machen wir uns nämlich hier unsere eigene Zuckerrohr-Plantage. Aber drei behalte ich erst mal, um euch schon mal zu demonstrieren, wie man dann so forscht. Das werde ich nämlich ebenfalls nach dem Vorbild meines Vorbildes nicht ausführlich zeigen, also in der Kamera, sondern ja, jetzt bin ich voll aus dem Konzept, sondern werde euch nur die Ergebnisse zeigen, also nicht, was ihr forschen müsst, denn das, ja, das werdet ihr dann gleich verstehen, warum. Ja, so, wie weit sind wir hier? Dauert noch einen Augenblick. Gut, dann würde ich sagen, ich zeige euch das zum Beispiel mal mit ein paar Eigenschaften. Und jetzt lassen sich nämlich auch die die Elemente schön erklären, so wie dann noch ein bisschen Kohle. Und zwar, ihr seht, wir können momentan die Sachen hier forschen. Golden Nugget und das hier. Wer Thorncraft gespielt hat, weiß, was es ist. Aber, im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Table hier zu öffnen. Und dazu müssen wir hier Paper reinsetzen und ähm ähm äh, ja, genau. Und jetzt können wir zum Beispiel hier ein Item platzieren, also zum Beispiel Cobblestone. Und dann sehen wir, Cobblestone hat die, äh, die Elemente Saxum und Fractus. Also das sehen wir auch, wenn wir drüber gehen und zwar jeweils eins. Dann würde ich zum Beispiel Glowstone nehmen. Dann sehen wir, das hat Lux und Visum. Ähm, Kohle hingegen hat zum Beispiel Potentia, Ignis und Saxum und Raw Porkchops hat zum Beispiel Korpus, Victus und Bestia. Äh, ich glaube, brannte Sachen haben dann zum Beispiel nochmal andere Eigenschaften. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal so ein Raw Porkchop hier brennen, können wir schauen, Glas hat zum Beispiel äh, Vitrius und, äh, Sand hat, äh, Solum. Also, naja, wie gesagt, hat jeder was eigenes und da ist er schon wieder. Irgendwas, irgendwas passt ihm gerade nicht. So, also zum Beispiel hat Cockportchops hat, ähm, 414 und Raw Porkchops haben beispielsweise da für Bestia noch drin, was dann hier durch Ignis ersetzt wird. Also ihr seht, das ändert sich dann teilweise auch, je nachdem, was ihr umwandelt. So, wir nehmen einfach mal ein bisschen Glowstone und schmeißen das hier rein. Sehen Lux, kriegen wir dann auch einen Bonus von 1 drauf. Ich glaube, weil wir uns hier irgendwie befinden und dann können wir noch zwischen gründlicher und, ähm, neugieriger Forschung umschalten, heißt das, glaube ich. Und dann klicken wir einfach auf den Forschungsknopf und dann sehen wir hier, wir fangen an, was Neues zu erforschen. Unknown Theory, Obscurus, Unknown, Obscured. Also irgendwas seltsames, was wir noch nicht wissen. Wir kriegen hier auch die Beschreibung für das Ding, aber bringt uns nichts gut. Aber wir sehen auf jeden Fall mal, dass wir was forschen. Oh, jetzt sehen wir, also Lux ist offensichtlich ein Teil von dem, was wir erforschen. Ja. So. Machen wir mal weiter. Wir sind hier immer noch bei 37%. Ihr seht, ihr müsst Glück haben, das ist keine Garantie. So, jetzt haben wir 50% von Lux erforscht. So, machen wir mal weiter. Und jetzt sehen wir, hier, Visum ist nicht Teil dieser Forschung, offensichtlich. Das sehen wir jetzt, ähm, außerdem sehen wir jetzt, dass wir Naito erforschen. Das passiert, wenn wir, glaube ich, einen Gesamtprozentteil von über 30% oder sowas haben. Also, wir forschen Naito. Wir haben aber immer noch keine Beschreibung, was Naito ist und wir sehen jetzt allerdings, dass Lux ein Bestand ist. Gut, dann forschen wir mal weiter. So. Und jetzt hat es so Linien drumherum und wir sehen, wir haben jetzt Lux zu 100% erforscht. Wir sehen immer noch nicht viel weiter und wir sehen jetzt aber den Komplettfortschritt. Wir sehen 40%. Das heißt, 100%, das heißt, da fehlen uns wohl noch ein paar Sachen. Okay. Visum Lux haben wir erforscht. Okay, dann nehmen wir mal Cobblestone. Da tut sich reichlich wenig und nach einer Weile seht ihr, beide Elemente sind nicht Teil davon. So, wir nehmen mal Kohle. Oh, okay. Jetzt sehen wir, dass es insgesamt drei Elemente sind, die wir haben, denn wir sind mittlerweile bei 50% der Research angekommen. Das heißt, wir können dann ab 50% sehen wir, wie viele, also, wie viele Teilelemente diese Forschung hat. Wir sehen jetzt hier zwei. Forschen wir mal weiter. Okay. Also, eine davon ist offensichtlich noch Ignis. Jetzt sind wir bei über 55% und jetzt kriegen wir auch ein bisschen eine Beschreibung. Und jetzt kriegen wir auch ein bisschen eine Beschreibung. Though it could prove to be a steady source of light and energy. Also, wir erforschen Niter und das ist offensichtlich eine Energiequelle und dieser Text, der hier drin steht, ist zum Beispiel relativ wichtig. Er sagt euch nämlich, was für Elemente ihr noch braucht. Wir sehen, es ist Light, also Lux haben wir und it burns, also Ignis. Und jetzt forschen wir einfach mal weiter und außerdem sehen wir Potenz, Energie haben wir unten auch noch gehabt. Light and Energy. Deswegen Potenz, Ignis und Lux sind die Eigenschaften. Jetzt machen wir das einfach so lange, bis wir auf 100% kommen und dann haben wir unsere Forschung fertig. Ach, Telefon-Terror hier wieder. Sorry. Also, wir sind mit Lux durch, Ignis, Potenz, ja, jetzt lässt er sich wieder Zeit. Wir sind aber schon zu 90% fertig. Ignis ist fertig. Fehlt nur noch ein bisschen Potenz, ja, na komm, mach schon, oh, du bist doch ein blöder, also ihr seht, da kann man auch schön Pech haben. So, jetzt sind wir allerdings durch. Alles ist 100% und wir erhalten aus einer Forschung eine Discovery und diese Discovery können wir jetzt benutzen oder wir könnten sie auch jemand anderem geben. Und wenn wir die in die Hand nehmen, das ist sehr schön gemacht, sehen wir auch noch mal, was die Bestandteile sind. Ignis, Potenta und Lux und noch mal die Beschreibung. Wenn wir jetzt einen Rechtsklick machen, zack, Research Completed NITOR, dann lernen wir das und wenn wir jetzt hier sehen, können wir jetzt auch NITOR anklicken, kriegen wir noch mal eine Beschreibung und wie wir das Ganze herstellen. Wie wir das herstellen, zeige ich euch in der nächsten Folge und wie gesagt, ich werde ein bisschen Forschung betreiben und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und ciao!